Hallo liebe Steinböcke, willkommen zu eurer Kurzvorschau für den April 2016. Wie geht's euch denn? Also in der Liebe ist leider kein Blumentop zu holen, das tut mir herzlich leid. Aber stürzt euch in die Arbeit, weil da gibt es wirklich ganz ganz viel zu tun und so weiter. Ihr habt gute Freunde und so, die sind halt einfach gerecht, die machen so wie ihr das wollt. Die sind da, wenn ihr so ruft sozusagen, oder? Ja, ansonsten geht es einfach darum, seine Situation zu stabilisieren, im Sinne von Sicherheit, Materiellen, aber auch Freundschaften und so weiter. Euch abzusichern, beziehungsweise zu wissen, wo er wirklich lang geht. In der Mitte vom Monat geht es euch nicht so toll, aber dafür am Anfang und am Ende sollte es euch wieder besser gehen. Emotional auch vielleicht eher. Also ich danke euch. Danke fürs Liken, fürs Teilen und fürs Abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.